Du hast nichts gesagt so war es doch viel lustiger. Jetzt höre ich aber was. Du bist nicht gerade das was man leicht zu finden besser als leicht zu haben er ist eifersüchtig vergiss mal nicht wer hier wen im Stich gelassen hat du hast gar kein Recht eifersüchtig zu sein. Jetzt mal langsam Chloe. Wenn es dich beruhigt meine Beziehung zu jetzt höre ich auch deutlich was meistens jedenfalls als mir klar wurde dass er tatsächlich eine Spur hat hab ich mir gedacht du wärst gern mit von der Partie was hast du vor er muss definitiv die Sachen ändern also die anderen Einstellungen mit Flynn und dann teilen wir alles durch drei und du und ich verschwinden zusammen diesmal verstehe bis dahin darf er nichts von uns wissen der flippt aus vor freud das wird er schon überlegen vertrau mir ja ab und zu ist verdammt leise ich weiß nicht ob das jetzt nur an meinem Headset liegt kann ja auch natürlich liegen muss ich mal gucken so das ist mir ähm das alles oh ich weiß nicht, das kann auch natürlich am 0815 Headset liegen, so schaden wir uns mal hier um nein aber ich glaube hier müssen wir schon lang ich werde auf die jetzt auf die andere Seite gesprungen ja sei doch und dann da ist er noch links hey nach rechts natürlich und hoch komm, binde dich hoch ja, er geht richtig langsam, er humpelt auch sogar und fällt fast um gar nicht gut gut er wird es auch nicht es kommen doch wahrscheinlich wieder 100 Gegner was liegt denn hier was liegt denn hier da habe ich hier naja Istanbul vier Monate früher packst du das auch mit ner Waffe ging es mir besser die brauchen wir nicht nur für den Notfall mein Flynn das sind nur Museumswerte mit festgelegten Kontrollrouten bleib cool bleib cool bleib cool was du schon mal in einem türkischen Gefängnis wenn die uns erwischen sperren sie uns ein und schmeißen den Schlüssel weg das ist mir doch hoffentlich klar das ist mir klar naja, dich macht sowas vielleicht an, aber mich nicht wir können uns keine Fehler leisten klar keinen einzigen wir sind da ja, jetzt verstehe ich auch endlich was schade, dass es nicht von Anhebel geklappt hat aber ich hoffe, dass es jetzt erstmal so weiter geht erfolgreich weiter geht schade schau mal einen Minuspunkt für an schade, da wir pfff normal müsste es doch mit voll aufgetreten als Stärke passen aber vielleicht liegt es auch mal ein Headset deswegen sage ich noch nichts bin ich planlos, ich improvisiere ach so nennst du das ja, ich bin anpassungsfähig das ist ein Angeber da was habe ich gesagt dieser Gang führt uns direkt unter das Museum du hattest recht vertrau mir doch einfach Kumpel ok und den hier nehm ich und denk dran wir kommen nur durch den Turm in die Ausstellung aber bei dem Flutlicht kommen wir nicht weit ich kenn den Plan sorg einfach dafür, dass der Strom aus ist wenn wir den zweiten Hof erreichen die Lichter werden aus sein ich warte mit dem Wagen am Treffpunkt ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da wieder rauskommt ok in Ordnung ok genug geredet packen wir es an ist ne dumme Idee, ich weiß das jetzt schon Chloe wir sehen uns später kannst kaum erwarten ist das jetzt ne verdammt dumme Idee weißt du wirklich wo es lang geht? hast du Zweifel? der Einbruch Kapitel 2 ein tolles Gefühl wenn das Wasser die Jeans so glitschig macht ja genau genau und ich glaube das waren nur Anfangsschwierigkeiten ich hoffe es äh wie ist der da rüber gekommen? so ok hm gar nicht aber ich glaube jetzt funktioniert das waren einfach nur Anfangsschwierigkeiten so hoch von der Grafik her bin ich es bis jetzt gar nicht mal schlechter gekommen hat bis jetzt noch nicht viel Grafikintensives gesehen weil wir jetzt gerade im Dunkeln sind so weiter geht's warte mal das kann nicht sein wir sind irgendwo falsch abgebogen hey wetten dass wir da genau in den Heizraum kommen und dann sind wir drin wie Papa Errol was was? na Flynn was soll das? hilf mir einfach ja los geht's danke und da kommen eh prima raufklettern fast da bist du bereit? ohne Fleiß kein Preis und hoch und hoffen dass hier keiner ist das ist ganz schön laut aber es ist nur der Heizungsraum glaube ich das war hier was war hier? wo war da irgendwas? Hallo? halten greif mal die Leiter da oben okay okay habe sie dir untergeworfen danke und hoch und da hoch und okay hier geht's zum hoch ich brauche meine haut hier muss es irgendwo ein absperrventil geben vielleicht findest du es ja sind es durch das glasauge ein türkisches glasauge mit daran noch mal glück vielleicht da oben das sieht doch prima aus das gasventil damit wir hier ohne probleme durchkommen und die einen diese kette beziehungsweise schwingeinheiten kennen wir ja schon das wird vielleicht ganz schön gefährlich hier schon zu beginn wie kommen wir jetzt rüber also gut und jetzt rüber und dann können wir schon auf b drücken so da wirst du jetzt schon sicherheitspersonal hier um die ecke muss eine tür sein hier gehen wir rein wenn wir durch sind wird alles nach plan verstanden wie in alten zeiten oder ich bin doch hier oder hier ist keine tür okay das ist eine tür verschlossen abgeschlossen war doch klar oder was vorbereitet war das nicht klar ich bohre nicht nur in meiner nase kumpel moment das ist eine alarmanlage die wir letztes mal noch nicht haben klasse und was jetzt ich kann sie entschärfen wenn wir den verteilerkasten finden es muss hier irgendwo sein ja einfach mal den kabel folgen was war denn hier schon wieder hier blinkt doch irgendwas ja schon wieder ein schatz untersuchen osmanischer ring also die geht von da rüber und geht da weiter endet es dann da ja natürlich so das sollte gehen das sollte gehen und jetzt in deckung bleiben die nehm ich und zack gute nacht gute nacht ja auch steig einfach auf ihn drauf ist schon gut da ist der turm ja aber wir müssen übers dach und von hier kommen wir nicht aufs dach wir müssen es durch den nächsten Hof schaffen durch das Tor da drüben okay dann los und wie soll man da hinkommen und sich um die eine ecke zu bewegen drücken sie wir müssen auf den balkon da nice sind auf das Tor okay 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 dass die da keine überwachungskameras haben wundern mich jetzt schon irgendwie okay spiel ist von 2009 da hatten sie sowas doch nicht keine überonna okay wenn die ich science um this ich